Meuthen gegen Özdemir, AfD gegen Grün. Wir schlüpfen in ihre Rollen und duellieren uns zum Thema Flüchtlingspolitik in der Stadt Stuttgart. Wir haben an beide drei Fragen. Hier Frage Nummer eins. Sind Flüchtlinge für uns eine Chance oder eine Bedrohung? Die Illusion, mithilfe der meist jungen und körperlich gesunden männlichen Migranten ein zweites Wirtschaftswunder zu entfachen, ist geplatzt. Die Realität ist, viele Migranten schaffen nicht einmal die Mindestanforderungen des Arbeitsmarktes, speziell für den Automobilstandort Baden-Württemberg. Stopp! Das prüfen wir nach und besuchen jemanden, der es wissen muss. Stuttgarts Integrationsbeauftragten. Seine Antwort? So ein Drittel der Flüchtlinge sind Schulkinder. Die werden den deutschen Schulabschluss machen und dann genauso wie die anderen Kinder und Jugendlichen in unsere Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kommen. Für qualifizierte Beschäftigung braucht man ein Sprachniveau von B2 bis C1, also ein sehr gutes Deutsch. Das dauert bis zu drei Jahren. Klingt machbar. Die These von Herrn Meuthen stützt Herr Pavkovitsch damit nicht. Eine weitere lautet, alle Experten sind sich nun einig, ihre Aus- und Weiterbildung wird nun Jahrzehnte dauern und Unsum verschlingen. Fünf bis sieben Jahre dauert es, bis Leute fähig sind, in einen qualifizierten Beruf zu kommen. Meine Eltern sind als Gastarbeiter gekommen, da hat es eine ganze Generation gedauert, in den 70er, 80er Jahren. Also heute wird das schneller gehen. Nun, Herr Özdemir, sind Flüchtlinge eine Chance oder Bedrohung? Wir empfinden kulturellen Austausch als Reichtum. Es zählt nicht, woher jemand kommt, sondern wo jemand hin will. Vielfältige Gesellschaften entwickeln sich dynamischer und kreativer als Abgeschottete. Stuttgart ist ein Boom in der Stadt, seit Jahrzehnten attraktiv und jedes Jahr kommen 10.000 qualifizierte Arbeitsmigranten aus Europa, aus der ganzen Welt. Davon profitiert der Standort Region Stuttgart, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Frage Nummer zwei. Klappt die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen? Integrationskurse müssen am Tag eins beginnen, und zwar unabhängig vom Herkunftsland und von der Bleibeperspektive. Ein Sechstel der Asylbewerber in der Region Stuttgart, die dürfen erst den Integrationskurs besuchen, wenn sie anerkannt sind. Also nach zwölf bis sechzehn Monaten. Damit die Leute nicht wie im Wartesaal warten auf ihren Integrationskurs, machen wir deswegen für diese Personengruppe städtische Deutschkurse. Seit 2015 hat Baden-Württemberg rund eine Viertelmillion Migranten aufgenommen, von denen etwa die Hälfte einen Asylantrag gestellt hat. Im Bundesdurchschnitt werden nur 21 Prozent der Antragsteller überhaupt als Flüchtlinge anerkannt. Wir haben also keine Flüchtlinge, sondern eine Migrationswelle. Kann ich nicht bestätigen. Über die Hälfte der Asylsuchenden haben einen anerkannten Schutzstatus in Deutschland. Frage drei. Beeinflusst ein hoher Zuzug von Flüchtlingen die Sicherheitslage in Deutschland? Die terroristischen Anschläge der jüngsten Vergangenheit wie am Breitscheidplatz in Berlin zeigen, dass die Sicherheitsbehörden besser aufgestellt werden müssen. Das Drohbild eines gegen Terror und Kriminalität hilflosen Staates ist aber verzerrt. Die AfD sagt zu dem Thema. Die hohe Zahl der Migranten belasten unsere Sozialsysteme, die bereits schon den demografischen Wandel mittragen müssen. Auf Dauer gefährdet das den sozialen Frieden und die innere Sicherheit. Es ist belegt, dass durch Einwanderung in den letzten zehn Jahren der Wohlstand gemäht wurde in der Region Stuttgart und Baden-Württemberg insgesamt. Auch hier widerspricht der Integrationsbeauftragte Stuttgarts der AfD. Das heißt aber nicht, dass deshalb automatisch alle Thesen der AfD beim Thema Flüchtlingspolitik falsch seien. Es ist nur ein kurzer Faktencheck, der zeigen soll, seien sie kritisch gegenüber einfach klingenden Parolen, egal von welcher Partei.